Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9800 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es dauert nicht mehr lange. Vielleicht sind es nur noch wenige Stunden. Es dauert nicht mehr lange. Vielleicht sind es nur noch wenige Stunden. Beim Experimentieren im Labor sind Vorschriften unerlässlich, um Unfälle zu vermeiden. Beim Experimentieren im Labor sind Vorschriften unerlässlich, um Unfälle zu vermeiden. Beim Experimentieren im Labor sind Vorschriften unerlässlich, um Unfälle zu vermeiden. Eine Erfahrung ist eine Situation, die von einer Person erlebt wird. Eine Erfahrung ist eine Situation, die von einer Person erlebt wird. Eine Erfahrung ist eine Situation, die von einer Person erlebt wird. Gepflegte Hände sind nicht nur ein optischer Blickfang, sondern auch ein Zeichen für Gesundheit und Hygiene. Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert. So putzt du deine Zähne richtig. Ich habe alle Unterlagen dabei. Werde ich pünktlich fliegen können? Ich habe alle Unterlagen dabei. Werde ich pünktlich fliegen können? Ich habe alle Unterlagen dabei. Werde ich pünktlich fliegen können? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe alle Unterlagen dabei. 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 Vielen Dank.